In der heutigen Ausgabe von Wie gut wird, haben wir mal wieder einen Keeper, den wir uns angucken werden. Es geht um das spanische Talent von Atletico Madrid, Alejandro Iturbe, der auch in der Juve-League aktuell für ganz gute Leistung schon gesorgt hat. Und auch die zweite Zeit, unter anderem hat er den Elfmeter pariert gegen Dortmunds Juve-Mannschaft und wodurch unter anderem auch Atletico in die nächste Runde eingezogen ist, glaube sogar ins Halbfinale. Und auch mit 17 Jahren hat er schon ganz gute Fähigkeiten, ist sehr gut im 1 gegen 1 bei den hohen Bällen, hat gute Reflexe, hat auch eine ordentliche Schnelligkeit, die man aber sicherlich noch ein bisschen weiter ausbauen kann, hat auch schon gute Abschläge, Abwürfe, also auch das kann er ganz gut beim Herauslaufen, beim Fausten muss er sich noch verbessern, aber vor allen Dingen mit 17 Jahren ist das natürlich noch ein bisschen normal. Seine Straffraubkontrolle ist auch ordentlich, aber auch die muss natürlich noch besser werden. Sagen wir mal gespannt, wie er dann so mit 27 Jahren aussehen wird, vor allen Dingen so junge Keeper finde ich immer sehr interessant, weil es ist halt in meinen Augen nicht immer sehr einfach, diese zu entwickeln, weil die Position des Keepers ist halt nur einmal auf dem Feld. Und wenn du schon einen guten hast, ist es halt immer ein bisschen schwierig, den anderen guten, talentierten Keeper in der eigenen Mannschaft spielen zu lassen. Also meistens muss man die ja verleihen oder hoffen, dass die zweite Mannschaft in der hohen Amateurliga oder wie auch immer spielt. Gut, aber gucken wir uns mal an, wie es bei Itoba aussehen wird, ob der genug Spielpraxis kriegen wird und allgemein, wie so seine Entwicklung aussieht. Mit 27 Jahren sieht man leider auch noch nicht den ganz, ganz großen, starken Keeper. Gut, denn bei den hohen Bällen im 1 gegen 1 und beim Abwurf ist er um jeweils drei Punkte stärker geworden. Er ist auch kräftiger geworden, seine Sprung höher gepaart mit der höheren Strafraumkontrolle, also auch da ist er sicherer natürlich, kann höher springen, kann den Ball besser festmachen, sich besser positionieren. Also da überall ist er schon sicherer geworden, aber jetzt auch seine Schwächen wie das Fausten, sein Herauslaufen wurden nicht unbedingt besser. Zudem gibt es jetzt keine Fähigkeit, die jetzt besonders bei ihm heraussticht, außer jetzt 1 gegen 1 und die hohen Bälle bei 15. Klar ist er 27, aber ich denke, so richtig viel wird dann nicht mehr passieren. Sein Markt wird erstaunlich niedrig, muss ich sagen. Er ist nicht mal auf dem Transfermarkt, wenn ich das richtig sehe. Gut, sein Vertrag läuft hier bei uns noch ein Jahr, aber das wird jetzt nicht unbedingt, glaube ich, noch nicht hier reinspielen. Also erstaunlich billig, der gute Junge. Und ja, Spielpraxis hat er auf jeden Fall genug bei der zweiten Mannschaft von Atletico Madrid. Er hat es nie geschafft in die erste Mannschaft, verständlicherweise natürlich. Aber ja gut, das allzu große Talent ist er nicht. Rein aus wirtschaftlicher Sicht würde ich eher davon abraten, ihn zu holen. Vor allem, wenn man sich mal anguckt, wie er sich entwickelt, beziehungsweise wie teuer er ist mit 27. Und ich denke, auch wenn er hier und da vielleicht sogar noch bei 1 gegen 1 oder bei den hohen Bällen 16 erreicht oder hier und da noch 1, 2 Punkte stärker wird. Ja, aus ihm wird vielleicht ein ordentlicher, ein guter Zeitliga- und dann durchschnittlicher Erstligaspieler in meinen Augen. Also Erstliga-Keeper oder Zweitliga-Keeper. Aber das ganz große Talent ist er leider nicht. Ich denke, in der Realität wird man deutlich mehr von ihm sehen. Und ja, das war es dann mit Alejandro Itobe, mal wieder einen Keeper. Ihr seht, ihr könnt auch mir sehr, sehr gerne immer Torhüter schicken als Vorschlag. Die werden wir uns auch immer sehr, sehr gerne angucken. Habt noch einen wundervollen, am besten sonnigen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Wie Gut Wird. Macht's gut!